2.000 Sendungen, mein Nachmittag. Spannende Geschichten, ganz viel Spaß und prominente Gäste. Allein die Liste der Musiker und Entertainer sprengt jeden Rahmen. Joia Wendt, Rolf Clausen, Stefan Gildes alias die Söhne Hamburgs – nicht die einzigen, die ihre Instrumente mitbringen und live auftreten. Jürgen Drews gehört dazu, Balladendichter Heinz-Rudolf Kunze und Country-Boss Gunter Gabriel. Manch ein Promi feiert wie er seinen Geburtstag bei uns. Andere feiern die Premiere ihres Theaterstücks – Unsorgregisseurin Sandra Keck. Oder das Jubiläum gleich einer ganzen Serienlegende. 30 Jahre Großstadtrevier. Apropos Legende. Wie fühlt sich das denn an, als so ein Urgestein? Das ist ja fast wie so ein lebendes Fossil. Die werden bei uns nicht immer pfleglich behandelt. Zu den internationalen Stars zählten Happy Jesser James Last. Deutschlands Lieblings-Indianer Pierre Brice. Natürlich, jeder erinnert sich an Winnetou. Ich mag Griechenland. Ich hab auch dort Schlagerstar Wikileandros und viele, viele weitere bekannte Namen und Gesichter aus Schauspiel und Showbiz. Stefan Zauner. Herzlich Willkommen, Angelika Milster. Und Sven Walser, Rüdiger Wolf, Matthias Reim, Sky Dumont, Michi Reinke, Barbara Schöneberger und Hubertus Meier-Burkhardt. Und, und, und. Sie alle kamen gern, hoffen wir jedenfalls und fand das aus gutem Grund. Den brachte Karl Deil einmal so auf den Punkt. Diese Sendung, ja, die ist wirklich, man macht lieber mit, bevor man sich die ganz angucken muss.